Das ist Joanne! Das ist Joanne! Nur eine Minute bitte. Danke. Ich wünschte, Mom wäre hier. Wo sind die Kinder? Da ist Spiel draußen und Joanne ist oben und schreibt. Und sie schreibt? Ja, sie hat beschlossen, Schriftstellerin zu werden. Regari Septomus Fluenta. Und das schützt mich vor dem Fluch? Wenn du es richtig sagst. Und vergiss nicht, wedeln und wutsch, wedeln und wutsch. Joanne Rowling. Ja, Mr. Nettleship. Und gegen was muss ich in meinem Unterricht wohl heute konkurrieren? Oh. Schade, dass du dem Lehrstoff nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie deinen außerschulischen Projekten widmest. Oxford. Du willst dich doch nicht ernsthaft dort bewerben. Das habe ich schon getan. Es ist der beste Ort der Welt für Autoren. Er war gewalttätig. Häusliche Gewalt. Wird der Vater Unterhalt bezahlen? Nein. Weil? Weil? Weil er nicht weiß, wo wir sind. Und ich habe auch nicht vor, es ihm zu sagen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich werde die ersten beiden Kapitel lesen. Und falls jemand etwas wissen möchte... Hi. Können Sie mich hinterher fragen? Also dann. Kapitel 1. Ein Junge überlebt. Mr. und Mrs. Dursley im Ligoster-Wit Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und ganz normal zu sein. Wir haben ein Angebot für das Buch. Bloomsbury will es veröffentlichen. Ja! 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 Entschuldigung. Alles in Ordnung. Geht wieder in eure Klasse. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Eber história im Ligoster-Wit Nummer 4 Üb, auf der Authent especial wüphelstifen. Vielen Dank.